Singleplayer spielt das hier irgendwie viel weniger fessert als auf dem Server? Ja, wie besser ist das? Keine Ahnung Ja, ich hab auf dem... Wenn ich Singleplayer spiele... Warte, ich hab gerade... Wenn ich aufnehme, so holen die 100 FPS jetzt gerade Ja, ich hab... Ich hab nicht so viel... 30 Ich hab ein Military-Dorf gefunden, geil Also, wenn ich... Ey, Tobi, kannst du mir ein paar Karotten bringen, bitte? Ja, ja, die Kartoffen hat auch in jenen Karotten mit Oh, ja, die haltliche Kühe gefangen Das geht ja mal gar nicht, die Kühe, die muss ich killen Junge da hinten... Ey, das bohnt sich so... Loil, ich hab Lava rausgefunden Loil, hier sind nicht mal Pälder, das macht mir nie so aus Leute, da müssen wir jetzt spawnen von Weitem angucken Das sieht so geil aus Ja, ich weiß, dass ich geil bauen kann Ich mach ja nur das nicht so Also müsst ihr mal irgendwo auf dem Berg stellen und dann mal angucken von Weitem, das ist voll geil Mein Ziel ist einfach... Genau... Der andere ist gut Noch schafft, die... die Kuhfarm zu machen Das heißt, ich muss jetzt ganz viel... Ja, ähm... Ja, ich mach... Die Musik ist ganz so entspannt bei mir Wure, Junge, du Huch Man war einfach so ein Mini-Wildsch und auch mit Spike Und das Let's Play Radio, das ist... Das Let's Play Radio, das ist... Und das Let's Play Radio, das ist... Das Let's Play Radio, das ist... Also das Let's Play Radio, das ist... Okay, also... Copy Free Warte, was? Was? Der Server... Ob der leckt... Nee, bei mir hat kein bisschen... Warte... Ne... Bei mir leckt er auch nicht gut Ich hab mir gerade ein bisschen Sorgen wegen der Welt... Mit 6 Gigaraum bist du behindert, das leckt doch nicht... Warte, wieviel Gigabyte RAM hat nochmal 6? Ja, 6 Ich hab auch... Okay, irgendwie hab ich gerade... 1 Gigabyte freigegeben bei Minecraft Ich hab 3 Gigabyte bei Minecraft Ich hab... Ne, eigentlich hab ich mein 6... Eigentlich... Ich hab... Wenn ich normal mal gespielt, geb ich immer 6 Gigabyte frei Ich hab die Hälfte von meinem... Von meinem RAM... 4 Ey, wer hat nächste Folge auch noch Bock mit mir aufzunehmen? Ich? Ja, ich mach damit Aber... Ich... 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 Ich glaube die Musik... Ich glaub meine Musik ist bisschen zu laut... Und ich kann die grad nicht runterdrehen Ja, deswegen nehm ich halt mit... Oh, das sieht die Omen frappst in ingame sound aus... Ja, aber... Ja, ich meinte... Die game sound... Ich nehm die gerade ja mit diesen... Ja, nice... Ich hab das auch noch in Acasien Biom gefunden... Wenn wir es sich im Acasien Biom einpflanzen... Für den hätte ich da was... Ähm... Wie machen wir es später... Machen wir weiter mit... Äh... Mit der Skype-Gruppe oder machen wir es einzeln... Skype... Eigentlich... Wenn es solche Informationen gibt... Dann müssen wir das natürlich in Skype-Gruppe rein schreiben... Ja... Ehe Änderungen oder so weiter... Nice... Warte mal... Ich hab so viel FPS... Ich kann mir das höher stellen... Mach ich mal auf 15... Ich wette, wenn ich jetzt hier die Einschwingung runter mache... Ich mach die Einschwingung runter... Und ich habe überhaupt mehr FPS... Krieg das verloren... Das ist ein bisschen komisch... Der Junge freut sich wegen 20... Ja... Ey, ich hab nicht den besten PC... Okay, der PC ist schon gut, aber... Ich hab nicht gehofft, dass ich 100 FPS in der Aufnahme habe... Ich hab bis jetzt 79... Ich hab auch jetzt schon 2... Und... Also ich mach jetzt... Ähm... Dann guck, B... Okay, ich hab schon die erste Kuh meiner Farm... Und ich hab die sogar ohne Weizen reingebracht... Kuh-Schubser... 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 Wieso gibt es eine Errungenschaft... Kuh-Schubser... Wieso? Das ist, wenn du Leder bekommst... Was? Kuh-Schubser? Ja, Kuh-Schubser... 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 Ja, ich such mir eine Bi... Ich such mir jetzt ein Dings-Bi... Eine Nicole Blumen hier sind... Ich hab zwei Kuh f aper organised... Ich hab zwei Kuh in einem Gehege... Aber wir gehen nicht raus, wir gehen nicht raus, fuck fuck die Qs rausgekommen, Aber wir... Give ihm ein gutes Atemraum des Feeling zu ficken... Ich Majum buenos Herzling... Er versjac schon ab, ab 16 oder zu sein... Ein alter IS üzer... Dass sieht man nicht so, ich hab jetzt die Kuh fahren... dieser ich habe zuckerrohr also diesley hd fragt ob wir schon aufnehmen ja das tun wir könnte schnell machen nicht er kann ja macht man kann ja dann er kann ja dann eine erste folge aufnehmen wir uns zu zweiter aufnehmen in welcher gefragt in unserer gruppe also ich glaube die skype sound certain bei mir ich muss meine folge ist dann gleich bin ich denke ich nehme jetzt gleich noch mal eine ich muss das rente an ja ich bin da nicht nicht rennen war ich muss auch zuerst noch ein auf wir schon ich habe jetzt 14 31 ich habe 14 28 ich bin jetzt auf meine aufnahme und ich habe leute und ich habe vergessen ich hoffe euch hat die folge gefallen und ja dann freue ich mich schon auf die weiteren folgen und dann wissen wir bei dem call of mine und schönes ja leute ich bin auch mal aus über ein like und über eine bewertung und komme und abo würde ich mich freuen als ich mir noch mal auf bau schaut doch jeden fall mal call of mine und bei den anderen teilnehmern vorbei beziehungsweise alex und so weiter und ich bin ja auch schon ja bist du noch irgendwas sagen alex naja also das ist ja bis jetzt mein erstes richtiges projekt was ich mache durch ja mach einfach ja okay ich will nicht sagen ja schau leute ok ich habe meine aufnahme ist auch auf muss man gucken die aufnahme ist aber zuerst in die audio exportieren jo ich speichert jetzt in ihm gleich noch mal eine auf ja ok ich wollte noch was sagen ich muss jetzt auch aufhören okay so ist langweil bei mir war die folge nur 7 gigabyte groß also jetzt wird jetzt wird ganz ungerendert nur aufnahme abgespeichert ist die bei mir 25,52 giga was so ungerendert und 25 jahre ich habe dann als projekt datei gespeichert ja ok ich muss das auch aufhören ich nehme noch eine folge ja ich muss jetzt aufhören ja ich muss jetzt schon sagen dass leute bis zur nächsten folge zu 2 bild ja und nächste folge will ich mal versuchen wissen ein ordentliches haus zu bauen aber ich bei wissen wie das sind wir mehr leute weiter die anderen zwei wollten ja auch noch mitmachen und so weiter so leute